Auf die Plätze, fertig los, würde ich sagen. Stuttgart 21 wird ja immer teurer. Sollte man es nicht langsam einfach mal stoppen? Das kann nichts werden, wenn Sie jetzt noch Stuttgart 21 werden. Also sollte man das stoppen, es ist tatsächlich schwierig zu sagen. Und der Platz der alten Synagoge, was halte ich von dem? Der Platz der alten Synagoge, der ist mir ein bisschen zu baumfrei. Zu baumfrei. Und was halten Sie vom Uni-Bibliotheksneubau? Gefällt der Ihnen? Der gefällt mir ganz gut. Also ich glaube, das wird irgendwann mal relativ schön werden. Es passen etwas wenig Bücher rein. Sie bauen ja in Metzhausen gerade selber. Brauchen Sie da überhaupt noch einen? Sie haben sich hier die Fenster unter den Nagel gerissen. Das muss man einfach nicht sagen. Entschuldigung. Und der andere hat die anderen Fenster. Der kann schneller bauen müssen. Sie machen ja oft Ferien im Perigord bei Bordeaux, haben wir recht? Im Perigord, ja. Gehört das Haus, wo Sie dorthin fahren, Ihnen? Nein. Nein. Gehört das Ihren Freunden oder ist das gemütet? Das gehört Freunden von uns. Das erinnert stark an Christian Rulf. Zahlen Sie denn dafür? Ja, wir zahlen dafür. Wir zahlen dafür. An Ihre Freunde. Ja.